Adjektive Schautafel Wer oder was? Das ist der helle Baum. Das ist die neue Schule. Das ist der dunkle Strauch. Das ist die höhe Pflanze. Das ist das weiche Gras. Das ist der duftende Lavandel. Das ist der tolle Füllpfand. Wessen Genitiv Das Blatt des hellen Baumes ist grün. Die Farbe der neuen Schule ist blau. Das Blatt des dunklen Strauches ist abgefallen. Die Form der höhen Pflanze ist länglich. Die Flache des weichen Grasses ist klein. Der Geruch des duftenden Lavandels ist süß. Das Holz des tollen Füllpfades ist morsch. Ich sitze vor dem hellen Strauch. Ich sitze vor einem hellen Strauch. Der Garten befindet sich neben der neuen Schule. Der Vogel nischt in dem dunklen Strauch. Der Vogel nischt in einem dunklen Strauch. Die Katze versteckt sich unter einer höheren Pflanze. Die Katze versteckt sich unter einer höheren Pflanze. Die Bäume stehen in dem weichen Gras. Der Flüffert liegt neben dem duftenden Lavandel. Der Lavandel ist neben dem tollen Füllpfad. Wer oder was? Akkusativ. Ich kaufe den hellen Strauch. Ich kaufe einen hellen Strauch. Wir freuen uns über die neue Schule. Ich schneide den dunklen Strauch. Ich schneide einen dunklen Strauch. Ich setze die höhe Pflanze. Ich setze eine höhe Pflanze. Ich schneide das weiche Gras. Ich pflanze den duftenden Lavandel. Ich pflanze einen duftenden Lavandel. Ich probiere den tollen Füllpfad aus. Ich schaufe 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 den tollen Füllpfad aus.